ich kann doch keinen Schneeflug kaufen nur weil dieses Geräuschmacher nein wir haben auch ein Xen als Gegner werden verlieren und einen Jax und ein Weiger und ein Weiger und ein Dilian oh Gott und ein Olaf ein Geld wir kriegen so auf die Fresse und da ist Fluchtzeug finde ich gut kein Problem du machst das dann oder wie machst den Weiger kaputt mit AP genau nein ich verwirte jetzt und baue einen AD Fidel-Stick ja ich muss ja quasi auch AP spielen weil der Schraub der tankt ach der Schraub der wir wissen nicht mehr wie man tankt schreibt siehste Phase das kannst du ruhig aufnehmen habe ich schon drinnen die drüben Platz gegen Platz verloren hat Mann gestern Quatsch ich lasse nix erzählen Florin hat sich immer mehr hat er wahrscheinlich wieder getrollt oder so Florin glaubt aber mir außerdem wissen wir doch wer hier der Cheater ist ich sicher nicht sicher nicht ich gebe Florin auf eine Läne die ich gehe mit Florin auf eine Läne Florin ich gehe jetzt runter auf Hase geht hoch dann schauen wir mal wo er sich entscheidet ja ich gehe dann in die Mitte Nr da gehe ich halt mit in die Mitte mir ist es egal ich kann nicht komm ich wo muss ich jetzt hin hoch mir ist egal haupt 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 ich hatte gerade eine gute Statistik Hase erzählen wir das mal nur ist es kurz hm hm ja natürlich möchte ich noch ein knapp was bitte hm oh man ey ist ja wie bei Mutti eh oh ja da ist er auch bald hm stimmt hm 30 seconds into Minions haupt da guckt after Nin� und vor Schall oder so was wieso Zu R.N. Was denn? Was war denn? Was war denn? Das ist nur was für die coolen Nürnberger. Ja. Oh nein. Also oben fehlen alle, ne? Egal. Der will mich hier überlocken. Möchtest du? Ach ne, du hast Zielen. Ah. Na, der ist geholfen. Na, der ist geholfen. Der schießt der Baum eigentlich, ne? Scheiße. Ich dachte, der schießt. Okay, ist alle da. Ah, wir haben nicht die schlimmeren Gegner. Weiger hätte mich mehr angekotzt. Der ist ja mitte. Obwohl der Zielen mich auch nervt mit seiner Scheißbombe, die er mir dauernd auf den Kopf setzen wird. Kriegst du? Ne, der wird sie im Maukei gehen. Na, ich hab's doch gesagt, Axis. Es geht schon wieder los. Ja, mach der ganz schnell auf. Wie oft kann der das machen, ne? Ja, normal. Immer wenn das Geredi ist. Ja, wie, was ist denn die Abliegenzeit davon? Über 8 Sekunden. Du hast gleich angegriffen. Ah, jetzt hat er die Bombe, hä? Wie kann er die Bombe auf dich? Ja, der explodiert dann zu Schadung. Also, normal. Ah, der kann sich auch dem Gegner die... Der kann sich so oft da... Ja. Der kann sich auf alle setzen, eigentlich. Oh, jetzt hab ich die Bombe... Ich werde sterben, glaub ich. Ja. Ach! 4 HP hab ich überlebt. Ah, ich bin so cool. Das war ich, sag mal. Hm, die sind doch nicht so schwach. Ein Feind hat sich geflogen. Nicht lecker. Ah, ich hab nen Heil dran. Nehm ich den nicht. Ah, ich bin ja so blöd. So, der Tower geht down, ne? Oben. Oh, ja. Oh, ja. Ah, er wird da rum. Oh, wie ich lecke, geht mir das schon wieder auf den Sack. Ah, ich lauf nicht weiter vorhin. Ach Gott, ich bin ja der langsamste Baum aller Zeiten. Also, ich bin wahrscheinlich der schnellste Baum, aber ultralangsam. Hä, wie ist denn die jetzt hier hochgekommen? Hat die Teleport? Ja. Oho. Oho. Macht jetzt natürlich überhaupt keinen Sinn, weil... Na ja. Es geht nicht. Ach, jetzt hab ich dich wieder solche Mega Legs hier. Puh. Du hast doch immer Legs. Aber Alienware Rechner haben. Ja. Für ihn hat's nicht gereicht dann mehr. Oho. 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 Das war dumm. Ah gut, war nur der Tower. Kein Problem. Keine Schmach. Ja. Ich hab's einfach drauf. Ich hab's einfach drauf. Ist jetzt gegangen. Ah, der zieht jetzt. Ja, war ja klar, wenn er ein Disconnect hat. Oho. 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 So. Ja. To our end. Indeed. Oh, mein Herr. Du hast einfach das schönste leuchtende Schwert von allen. Ohh. Und dafür liebe ich dich, mein Baum. An ally has been slain Lauf zurück, lauf zurück Na ja, so läuft alles Alles ist ja noch der Natürlich Hä? Ist er nochmal zurückgekommen? So, Tower down Ah, scheiße Brenn dich doch mal weg Na, ich geh mal zurück Hey, kochen Ach, buh, da weicht nur meinen Viechern aus, wie unfair Ach, ich merk schon, man muss den Baum auf Tank spielen, oder? Sonst macht das überhaupt keinen Sinn Das war ja auch mal Mit seinem Uldi auf jeden Fall Na ja, weil da sonst auch Der muss, alles, alles Belz, bring dich ran an den Feind und das bringt ihn nicht, wenn du dann zauberst Ja, grad sein Uldi ist nun mal eigentlich Nö Dann kann der Schraub ja auf AD spielen, quasi Dann kann der Schraub ja auf AD spielen, quasi Ja, ja, ja Müsste ich mich nur wieder dran erinnern, was das nochmal war Ja, ja, er weiß jetzt immerhin schon Mist, aber für AD hat's noch nicht gereicht Was hab ich, weiß ich? AD Äh, Mist meine ich Wann hab ich das denn gesagt? Ich wüsste nie was,'s, esłość Wauw! Wuii! So ich h... ne, ich hab... Ah, ich geh trotzdem mal zurück Kein Leben mehr Stimmt und der heilt sich auch Ja doch, das ist... das ist der Tank Schlichthin Und wir Theatre Lass ihn doch rankommen! Kommt nicht ran! Weil du nur verjagst! Der weiß, dass du da bist! Mach halt den Tower mit! Oh, Junge! Dann abhauen, ey! Ey, das ist echt... das war jetzt echt intelligent! Toll, jetzt besteht... oh, wenn ich es jetzt nicht mehr schaffe, ey! Oh, jawoll! Was machst du denn? Noch bist du nicht weg! Ich bin ausgerattet, ey, echt! Du bist aber hier irgendwie zu tun, als ob du übelst gute Spieler bist! Aber so eine Scheiße machen! Dann könnte ich schon wieder auf... Also bist du da in der Mittag? Ab geht er! Ach, wer ruft mich denn hier an, mitten in der Nacht? Mutter? Wer ruft denn ich an? Freunde, hast du ja keine! Aber hallo, ey! Das ist einfach ein schwuler Klingelton! Wer... Mein coolen Klingelton! Ich dummer los! Hattest du nie mal Petschup-Boys? Hattest du nie mal Petschup-Boys? Was hatte ich mal? Petschup-Boys? Und wie dir helfen? Die Ketschup-Boys! Oder wieder heiß! Nein! Ich glaube nicht! Warum gehst du denn nicht ran? Ich geh natürlich nicht ran! Ich zocke! Und war deine Mutter oder was? Nee, ein Kumpel! Du hast Kumpel? Ja! Ja! Wer ist beliebter als du Hase? Kann ich mir nicht vorstellen! Definitiv! Nein, ihr seid beide so gleich! Wir sind beide unbeliebt! Ja, genau! So, jetzt komm ich mal hoch und dann geht hier aber die Post ab! Ich sag's dir! Party! Oh, what a word! Guck mal, wie das jetzt hier funktioniert! Ja, komm ich halt auch mal! Ich mach mal meinen Ulti drauf! Nein, das war der Fall! Klopf! Nein, jetzt hat er mich getötet! Ach! Florin! Jetzt kill ihn aber! Nein, ich kill ihn nicht! Der tötet dich! Der tötet dich sowas von! Der tötet dich!